Willkommen zurück, meine lieben Gängerfreunde zu Let's Play Lara Croft and the Garnier of Light. Wir versuchen mal wieder unser Geschick... Wow, mein Gott! Endlich hab ich dir nicht dazwischen gelabert, ne? Ach, das... ich hab damit kein Problem, ich bin nur gerade... Höchst... ist ja... Höchst konzentriert! Konzentration! Wegen diesem Upgrade. Ich hoffe, ich fall jetzt auch auf den Speer. Ich warte eben, bis das Feuer nochmal kommt. Was? Oh! Meinst du das Feuer? Ja, genau das! Ich, äh, weiß gar nicht. Okay, ich dachte, du... du kannst dich zu mir porten. Ja, ich hatte es auch gehofft, aber... Aber es funktioniert nicht. Warte, dann geh ich mal einen Schritt zurück. So, jetzt! Ey, sag mal, was ist das? Brauchst du noch ein Speer, Fräulein? Bin ich zu doof dafür, oder willst du was? Hier, du kriegst noch ein Speer. Dankeschön. Perfekt, da kann das nicht sein. Ja, weil ich dachte... Ich muss jetzt... Oh! Nein! Sie hat realisiert... Oh, da ist eine Kante! Ich kann mich ja doch festhalten! Totik macht sich Sorgen, ne? Und du? Ich glaub, du sollst laufen. Ja, lauf! Ich glaub... Lauf, 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 lauf! Keine Ahnung! Ach, ich glaub, der Eingang zu dem Sondergrab da... Ja. Oh, Entschuldigung. Mach nix. Cool. Okay. Okay, lass das... Oh Gott. Okay, ich mach mich schon mal bereit. Ja, lauf, okay. Ja. Geh rein, geh rein, ja! Ich bin reingesprungen wie in der Ballerina. Hast du das gesehen? Du hast ja auch nen Rock an, also passt ja schon, ne? So... Mir gefällt dieses Level nicht. Genau deswegen gefällt mir dieses Level nicht. Ah, okay. Das ist dir nicht aufgefallen, dass ich da verbrannt bin, oder? Nein, ich dachte, wenn das da ab... wenn die Kugel auf dieses runde Teil ist, dass es erstickt. Ich glaub, wir müssen mit dem Feuer laufen. Ich lauf gerne gegen das Feuer. Ja. Achso, achso, achso... Nein, 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 nein. Ist doch so doof, to-tag. Bist so behindert. Ah, shit, 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 shit. Ah, ich hab die Lösung. Ja, das ist zwar richtig. Nur, wir sind falsch gelaufen. Das sind nämlich zwei Spuren Ja, so Ich pack das da drauf Ich schieb den schon mal so weit Dahin Komm Kommst du denn außen raus? Nein, jetzt komm ich nicht mehr Achso, ja, warte, ich laufe jetzt mal irgendwie Äh, warte Oder so Spring drauf Ich steh schon drauf Ignorier das Feuer Oh der Scheiß, wir lösen das alles so kacke Also so, ach, stell dich drauf Ja, ja, okay, komm Ja, ich trau mich da jetzt nicht lang zu laufen Nein, nein, geh raus Geh raus Achso, egal, warte Oh, der, ne Okay, ähm, ja, was haben wir eigentlich bekommen? Wir achten da überhaupt gar nicht mehr drauf Einfach machen Was ist das hier? Springen sie auf alle sechs Spinnen Oh, das war falsch Äh, nein, zurück Zurück Ja, unten Danke Ja, aber da war ein Upgrade Ich hasse Feuer Ich hasse Feuer Dann müssen wir Ich hab das doch eingesammelt Das Upgrade? Ja Deswegen bin ich doch da, wo du meintest Nein, nicht da entlang Okay Also kommen Feuer übrigens raus Ich dachte, du hast es Hunger Ich wollte mal Also, nee, Kannibalismus Äh Oh mein Gott Oh mein Gott Was? Das macht auch? Das dreht sich Das dreht sich Und, und da drunter ist natürlich Laber Weil das total sinnvoll ist Ja, aber wieso können wir da drauf nicht laufen? Ja, weil das sich gedreht hat Die glatte Fläche Ja, aber auf der glatten Seite? Ja, die glatte Seite war doch gar nicht mehr oben Doch, bei mir schon Du bist, nee Siehste Ich sterbe, wenn ich da drauf trete Ja, weil, bei mir bist du da schon auf der falschen Seite Bei mir bist du auf der falschen Seite Ernsthaft? Ich war... Ernsthaft? Tja Da liegt das wohl an mir Das ist mal wieder... ...Spiellogik Aber interessantes Lab Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist denn passiert? Irgendwas ist explodiert Ich habe mich voll erschrocken Und dann ist das Ding hin aufgetaucht Und, nee Und, ähm Und ich wollte nur diese roten Schädel einsägen Oh Warte Ich achte jetzt mal auf deinen Nein, 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 nein Ja, bei mir ist es genau andersrum Nein Jetzt, ne? Nein Na doch nicht Jetzt Aber er fliegt irgendwo hier Ich glaub das nicht So Ich bleib mal hier hinten, weil hier hinten kommt gleich einer Oh, 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 und ein Minigun Hä, da war doch überhaupt kein Feuer Kommst du mal bitte mit Nein Ja, aber ich komm hier nicht Kommst du mal bitte mit, weil das geht nicht So Genau deswegen Ja, aber wenn wir beide nicht über den Trigger laufen Boah, ey Ey, da ist die ganze Zeit nie Feuer, wenn ich da bin So eine Hupze Minigun, ich glaub das nicht Aua Alter, das Feuer ist so schnell Oh nein, ich muss Yeah Was? Changgun? So, ich hab mein Leben geopfert, um diesen Kackschäle zu kriegen Und ich ignoriere sogar die Punkte jetzt, die da sind Ein Changgun? Was ist das denn? Was ist das denn? Alter, Folter! Ach du Scheiße, ist das jetzt wirklich dieses Ding Ne Minigun Ich muss es ausprobieren Oh nein, krass Yes Was ein Männerspielzeug einfach jetzt Yes Nein Nein, nicht schon wieder das Ich muss auf dich warten Weil bei mir seh ich das Ich seh, bei mir ist es jetzt auf der geraden Sp... Dingern Ernsthaft? Was? Ich war mit dem, mit der Fußspitze da drauf Das zählt nicht Das zählt wohl! Das zählt nicht Das zählt absolut Weil ich hab letztens bei, äh, Cancelling Kanal Pong Äh, ja Der ist ja, ich find den nicht gut Der ist doch, der ist doch zu Ach, ist der zu? Äh, du weißt schon nicht? Nein, wusste ich nicht Äh, ich komm nicht, Opa Das stimmt, aber so schon Also die haben auf jeden Fall jetzt Ende gemacht So viel ich weiß Äh, der war auch kein guter Kanal, um ehrlich zu sein Also der war... Am Anfang war der genial Am Anfang war der wirklich gut Und dann war der aber... Dann mit diesen... Ja, ich... Zwei... Vollwertigen Herren Ja Und das krasseste... Ich hab dich nur, dass jetzt wirklich ein... Kanal Ja, aber ich hab dann letztens... Ich hab dann letztens, haben die eine, äh... Preview gemacht, oder ein, äh, zu Tomb Raider, so wie die Geschichte war und klar Ach so, ja, ja Und... Und bei Resident Evil, glaub ich, auch schon gemacht Ja, aber letztendlich war das die ganze Zeit nur so... Ja, da hatte sie noch keine Booten-Grafiken Hier hatte sie die Booten-Grafiken, aber jetzt sieht die aus wie... Wie eine Frau und, äh, und dann so einfach nur so... Bei High Five hab ich da auch mal was gesehen Punk-Karten über Lara Croft, die waren interessant Ja, aber das bei Punk, das war einfach nur lächerlich, wirklich Weil das war immer nur aufs Grafische bezogen Und dann bei Angel of Darkness, wo die Grafik-Engine dann besser geworden ist Ähm... Kam dann sowas... Von wegen... Ja, jetzt sieht die gut aus War auch ein gutes Spiel Und das Spiel, einfach wirklich, Angel of Darkness Das war das schlimmste Tomb Raider, was es gibt Das war einfach ein großes, großes Bug-Spiel Also das war wirklich richtig... Scheiße Ich glaub, du musst deine Antwort korrigieren Kann das sein, das ist das größte Bug-Spiel Nein, nein, wirklich Also, Angel of Darkness ist das schlimmste Tomb Raider, was ich je gespielt hab Das war einfach... Das ist eigentlich ganz ehrlich Das ist jemand allererst aus Lara Croft, was ich jemals durchzocke Ja, und das Geilste fand ich dann auch Weil dann haben sie auch das gereviewt, in Anführungszeichen Und dann so, ja, und dann kam ja das Spiel Das hat ja mit Tomb Raider gar nichts mehr zu tun Und wo ich mir denke, Leute, guckt euch mal bitte den Titel an Es heißt auch nicht Tomb Raider Es ist doch klar, dass es was komplett anderes ist Sorry, ich muss mal kurz... Ach, falscher Knopf Ja, mach ruhig Und deswegen hab ich mich voll aufgeregt einfach darüber Ich reg mich über solche Sachen sowieso auf Wenn die nur Scheiße labern dabei Weil die ersten vier Tomb Raider, die ersten fünf Tomb Raider waren auch diese klassischen Tomb Raider Angel of Darkness war der letzte Scheiß Da haben sie auch dann endlich Eidos rausgeschmissen Dann kam Crystal Dynamics Und dann, ab Tomb Raider Legend, wurde das wieder besser Wobei ich auch kein Fan bin von dem neuen Tomb Raider Von dem ganzen neuen Tomb Raider Ich find, ich find, sowas an Lara Angriff geht, sieht ja da am besten aus, natürlich Sie sieht da am besten aus, klar, aber ich mag Nora Schena als Synchronsprecherin von ihr überhaupt nicht Und ich find, es ist nur noch ein Ballastspiel geworden Es hat nichts mehr mit dem klassischen Tomb Raider zu tun Ja, was soll ich denn sagen bei Resident Evil, ja Also... Im Namen Nee, ist ja Lara Croft Richtig, ist Lara Croft Und letztendlich hast du hier mehr Tomb Raider Elemente drin Als in dem neuen Tomb Raider Ich glaube, ich muss auf dein Schild und hochspringen, wenn da kein Feuer kommt Okay Ja, Moment Ich brutzle eben kurz Ja, okay Komm ich ja jetzt oben hin Natürlich nicht Das wär jetzt Also wann ist, sind hier bei dir auch die Flammen, die jetzt an dir vorbeilaufen Ja, jetzt sind hier, also jetzt ist ganz rechts und Jetzt solltest du dich beeilen Ja, ich buch Oh Gott Das war knapp Oh Gott Oh, 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 oh Wir haben Speyer wieder Was passiert damit? Ach, das geht sich einfach in eine andere Richtung Ja, genau Ja, übertreib mal Nee, so kann ich nicht spielen Nee, so kann ich auch nicht springen Oh Jetzt solltest du Du warst doch am Leben Ich war doch da Ich war doch da Ja, aber ich glaub, das war ein Moment, es war ein Moment zu spät, das ist wie mit meiner Fußspitze Hm, ich merk's schon, das Spiel hat auf uns abgesehen Wo? Ups Das ist alles zweideutig Das ist wirklich alles zweideutig Das ist wirklich alles zweideutig Ich wollte irgendwas böses sagen Nein, lass es lieber Oh, da ist ein guter Schädel Nee, ich lass es lieber Warte Oh Gott Oh Gott Oh Gott Okay Äh, da ist ein Munitions-Upgrade Oh Gott Ja, toll Willst du nicht helfen? Ich gerade Ja, dann komm Ja, aber da ist Flammen Siehst du? Ja, das war auch zu spät Aber hier, die gehen ja nicht aus Ja, dann müssen wir das anders lösen Von unten Wieso sterben wir da? Ach, da ist ne Leiter Das ist ne Treppe übrigens Gerne Ähm Ich hab doch Ähm Geh mal bitte wieder hoch Sonst sterbe ich noch Oder Ist doch schön So, aber Kann man jetzt springen? Nee, ich kann nicht springen Da rausspringen, deswegen Ich weiß, dass das geht Das ist ein bisschen nützlich Äh Wieso haben wir eigentlich die ganze Zeit null Punkte? Weil wir so oft gestorben sind Ich bin verwirrt Ich auch Aber Ich kann gerade eh nichts machen Oder kann ich? Ah, so geht das Okay Verstanden Okay, so geht das nicht Du musst äh, die Irgendeine Taste Dabei kannst du drücken So geht das auch nicht Du musst doch irgendwas zum Deaktivieren Ich bin so in der Flammen Komm mal wieder Bleib mal da stehen Ich habe eine Idee Okay, du hast eine Idee Das ist doch schon mal etwas Okay Also ich bin unten Ich jetzt auch Ich war die ganze Zeit da Aber war voll gute Idee Ich weiß nicht, was du fasst War doch die ganze Zeit da Aber das war voll die clevere Idee Muss ich schon sagen Ernsthaft Du musst da schon irgendwie durch Da ist ein Schild Ich fühle mich verarscht Ja Hör, 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 hör Lass, hör, hör Lass, hör, hör Lass, hör, hör Lass Verbrende Verbrende Ja, natürlich Genau Macht da was Oh, oh Ehrlich? Ich dachte ich geh schon mal vor Sehr nett Oh, hä? Ich hab dich nicht getroffen? Mh Ne, irgendwas Der Typ hat mich wieder getroffen Hä? Aber guck mal, jetzt hast du eine größere Bombe als ich Ja, eine größere Weltweite Okay, der hat mich getötet HÄ? Ich steh hinter dem? Ja, der, der ist allmächtig, der Typ Aua Halt die Klappe Gut Er ist da Er ist endlich da Boah, geht's lang Ach, das ist ein roter Schädel Aber die Kugel irritiert mich ein bisschen Ich gerade auch Heilen Sie die rollende Kugel Nein Ich hab ne Idee Weißt du, wie das geht? Was denn? Wir müssen die Kugel auf diese grüne Plattform Nein, das ist doch Achso, doch Heilen! Ja doch, ja, 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 okay Dann, äh Damit die rüberkommt Ja, und wir kommen hier rüber Durchs Feuer springen Geht gar nicht mehr Da, wieder Da, da warst du auf der Seite Wir schaffen das Ja Wir schaffen das Und wenn es uns die nächsten hundert Folgen kostet Wir heilen diese Kugel Hä? Okay Okay Das war jetzt Ich werde sonst in den Tod geräumt, du musst die auch mal übernehmen Ja, kann ich nicht, ich kann die nicht rausziehen Oder was? Nöööö, heilu Bleibst du hier? Und Und Das war jetzt sinnvoll Ja Äh Actuation Okay Äh Ich hab, keine Ahnung, wie kommt man da rüber? Warte Nein, das war zu früh Achso, krass, so easy Geil Ja, ich hab mich zu Aber der Heilboden ist eigentlich tot, ne? Aber okay Reden wir nicht drüber Genau Quest erfüllt Quest erfüllt Quest erfüllt Wo ist mein Ballon und Ich Brutzeltotec Hart Ne Äh, durch Nicht hart Durch Und Äh, hallo? Äh, ich blick hier nicht durch Ich blick hier einfach Okay, du springst dahin Nein, oh Gott Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich Wieso lang Du springst mir voll in den Flammen? Äh, die Folge ist vorbei Ne Ne Ich bin Ihnen nicht sicher Ich bin mir nicht sicher Ich hab ja Todesangst Aber ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen Müssen wir mal in der nächsten Folge Äh, gucken So, jetzt schnell Ja, nein, ich mach erst, bis die Folge zu Ende Aber du kannst doch selbst wieder da drauf schießen So Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss